Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu The Last Guardian auf der Pläse 5. Ja, boah, nach einem nervenaufreibenden letzten Part haben wir es endlich geschafft, seht ihr. Wir haben diesen, ja, Weg nach oben geebnet. Ja, da unten war die Hölle los. Wir haben einen harten Kampf gehabt. Und ja, meine Lieben, ich glaube, es geht nicht mehr recht weit. Ich weiß nicht, ich habe so ein Gefühl, vielleicht täusche ich mich auch, aber ich glaube, wir haben nicht mehr recht weit. So, dann werden wir hier mal diesen Spiegel einsetzen und mal schauen, was uns erwartet. Probieren wir mal. Schauen wir mal, sollte sich jetzt heben, dieser Teil, und es sollte jetzt nach oben gehen, oder? Jawohl. Oh Gott, ich bin schon nervös. Was wird uns jetzt erwarten? Schauen wir mal um. Okay, also, hä, was? Habe ich jetzt, habe ich, habe ich, habe ich jetzt versehentlich, habe ich jetzt versehentlich ausgelassen? Noch einmal, ich glaube, ich habe versehentlich den Knopf ausgelassen. Noch einmal. Noch einmal, noch einmal. So. Halten, halten, halten. Ja, es geht weit nach oben. Ah. Stoppt er automatisch. Ja, okay, okay, okay. Gut, äh, dann, ähm, ah, okay, es geht schon wieder weiter mit Gegnern. Aha, da springen wir gleich einmal rauf. Ah, Moment, ich glaube, ich muss mal, ich muss mal kurz, ich muss mal ganz kurz, ah, das ist ja wieder so laut. Ich muss mal kurz, ich muss mal kurz, die Tonanpassung ein bisschen vornehmen, und zwar bin ich da schon wieder so laut am Kopfhörer. So, ja, besser, okay, gut, gut, das ist besser. Gut, dann mach mal, Triko. Mach mal. Ich schau gerade. Komme ich jetzt endlich da mal rauf, bitte? Irgendwie? Komme ich da nicht wirklich rauf? Ah, jetzt, oder? Nein, ja, ja, jetzt, wirst du was. Und er wurde, er wird schon wieder beschossen mit Pfeilen, das ist doch ein Wahnsinn. Der Arme, Triko. So, lasst mich jetzt bitte mal rauf. So, ich muss mir da mal einen Überblick machen, weil, wo... Einer ist da noch. Quer entfernen. Seht das gleich? Von hier? Ah, ich, ah. Ich glaube, so lange er... Wieder mal. Und, komm, zieh, und. Ich glaube, da ist zu viel los, ne? Jetzt sieht der... Die kommen immer wieder. Moment, muss ich... Ah, das gefällt mir nicht. Ich glaube, da muss ich was anderes machen. Die kommen immer wieder. Irgendwie ist er... Triko. Warum magst du jetzt nicht? Ah, darum. Da ist dieser eine wieder mit... Okay, okay, alles klar. So, dann hier mal wegläschen. Ich muss schauen, dass ich den hier mal... Darum. Darum geht nichts weiter. So, ran. Ah, weg. Ah, nee. Okay. Ah, okay. Egal. Jetzt kann er zumindest... Kann ich den Spiegel gleich zerstören, oder was? Kann ich ihn nehmen? Oder zertrampeln? Weg, weg, weg. Ah, ich hab's weggesehen. Aber solange der Spiegel nicht im Einsatz... Ja, jetzt ist er kaputt. Das ist gut. Solange der Spiegel nicht im Einsatz ist, macht er jetzt eine Sache. Da drückt so... Jetzt dachte ich mir, warum? Warum ist der nicht so aktiv? Sonst? Wenn er... Wenn es mit Gegner... Ah, wenn er es mit Gegnern zu tun hat. Ah, da kommt schon wieder der Nächste mit einem Spiegel. Mit einer Bunkler-Scherbe. Mit einem Bunkler-Scherben-Spiegel. So, komm, lass mich runter. Den muss ich mir gleich vornehmen. Das ist ja meine erste Priorität. So, den muss ich gleich antaschen von hinten. So war das. Und so... Okay. Jawohl, weil solange niemand den Spiegel hat, passiert auch nichts. Oje, 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 ich stehe genau vor dem... Aber ich glaube, das ist leichter wie vorher. Zumindest habe ich das Gefühl. So, weggdashen. Das war wieder vor allem die falsche Taste. So, ist der Spiegel aktiv? Nein. Weggdashen. Ich muss eigentlich immer noch ausweichen. Den Rest macht Rico dann eh. So, kann ich hier jetzt trotzdem noch ein bisschen... Ja, anschubsen und gar nichts. Ein bisschen stören. Das kann ich ja machen. Soweit ich mich von hinten anschleiche. Du tust ihm netto weh. Heißt weh. Jetzt hab ich dich. Du Lauser, du. Du Lauser. So. Ich bin daneben getestet. So, jetzt haben wir es aber dann, oder? Ich glaube, das war der Letzte, oder? So, Rico. Und jetzt? Und jetzt? Was ist jetzt los? Haben wir es? So, müssen wir jetzt... Ah, da ist noch einer, okay. Ich glaube, die kommen immer wieder, ne? In so Wellen, wie so Wellen. So. Okay, okay. Da ist schon wieder einer. Besonders so lange niemand kommt mit einem Punktglasspiegel. Oder Punktglasschild, sagen wir mal so. Ich gucke mich schon wieder. Kann ich die eigentlich... Moment, Moment einmal. Kann ich die anvisieren? Ach, die Gegner... Nein, aber jetzt werden sie ja nicht gehen, oder? Oder? Geht das? Ah, oh ja. Oh ja. Das war jetzt aber... Das war jetzt zufällig jetzt nur. Wenn einmal... Immer noch Holzobjekte. Wann scheinen, funktioniert es doch? Bleib stehen, bleib stehen. Bleib stehen, bleib stehen. Ah, das war ein Schutz vor dem Bug. Nein, es hat funktioniert, glaube ich sogar. Ah, okay. Ich kann sie alle anvisieren, eigentlich. Zusätzlich. Okay, na, entweder macht er so, oder? Okay. Okay. Das ist zu wissen. Dann können wir dich so auch. Ist das so? Na ja, da ist er schneller so. Okay, gut. Dann, da ist der nächste oben. Ich muss mich besser positionieren. Besser positionieren. So, jetzt vielleicht? Komm, 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 komm. Lauf nicht so schnell. Bleib stehen einmal. Ah, wieder ein Excheid-Trofen, oder? Was ist da? Na, schauen wir mal. Bis weiter geht's. Haben wir jetzt alle? Na. Die Musik ist immer noch action-lastig. Eine Action-Musik. So, jetzt zieh ich mir ein bisschen weiter weg. Vielleicht geht's noch besser. Würde ich da nicht gehen, wahrscheinlich, oder? Komm, jetzt vielleicht. Ah. Das gibt's ja nicht. Wieso treff ich den nicht? Muss ich mich anders hinstellen? Moment. Noch einmal. Bleib stehen. Ja, jetzt vielleicht. Jetzt, komm. Komm, komm. Trikot. Jetzt. Zieh dich eh schon, oder? Steh ich wieder falsch? Hallo, wieso? Was? Wieso nimmst du den Helm? Den will ich nicht nehmen. Du sollst mit dem Schild... Ah. So, noch einmal. Positionieren. Jetzt noch einmal. So, und geht's. Trikot. Kannst du... Er steht beim Weg, ne? Oder? Ah, Trikot. Gibt's ja nicht. Jetzt vielleicht. Komm. Warum schießt du jetzt nicht? Ja, komm schon. Komm schon. Mach, 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 mach. Ja, jetzt, oder? Jetzt haben wir ihn, oder? So, haben wir ihn jetzt? Ja, jetzt wird's ruhiger. Okay, ich glaube, wir haben es einmal besertet. So, dann werde ich dich einmal ein bisschen... Ach, komm ich da jetzt rauf? Ah, falsche Seite war das, okay. Ich werde dich einmal wieder pflegen, indem ich dir... Pflegen und pflegen, indem ich dir die Pfeile, die haben in die Ferne mal alle. Und einmal... Ah, da waren noch viel mehr drin, da ist einer, da ist der Nächste. Ah, die haben dich hergerichtet. Oh Gott, lieber Trikot. Die haben dich hergerichtet. So. Da noch einer. Haben wir's jetzt. Trikot schaut durch die Wand, okay. So, haben wir jetzt alle? Ich glaube, ja. Gut, und jetzt müssen wir... Wohin? Ist da was? Da oben? Hallo, bist du bitte? Bleib doch mal. So, was muss ich jetzt machen? Können wir da was abschießen noch oder irgendwas? Ich sehe das so schlecht. Ich werde einmal auf seinen Kopf gehen, vielleicht kann ich da besser... So, was ist da? Schauen wir mal, kann ich da raufspringen? Das wird wahrscheinlich zu... Schauen wir mal, kannst du dich da aufstellen? Macht er da was? Wo schaust du hin? Was magst du? Ah, du schaust... Moment einmal da oben, warte einmal, Moment. Kann ich da vielleicht... Ich muss einmal schauen. Kann ich da raufziehen, na, oder? Geht das? Ah, okay. Okay, okay, okay. Da kommt schon wieder was runter. Kann ich... Okay, na, schauen wir mal runter. Spring runter, spring. Hopp. Oder rauf. I don't know. Ah, springen wir mal runter. Ah, kann ich da jetzt reingehen? Passiert da was? Ja, es passiert was, okay. Oh Gott. Na super, was ist jetzt los? Okay, Trikot ist super. Ja, hopp vorauf, hopp vorauf, hopp vorauf, hopp vorauf, schau ich mal. Ja, das war gut, zwick da nicht den Schwanz ein. In letzter Sekunde noch mit rauf gekommen. Ohne Trikot ist das nicht so optimal. Okay, es geht immer weiter, weiter nach oben. Jetzt bin ich sicher gleich ganz oben dran, ne? Am höchsten Punkt. Warte, ich bin gespannt, was da noch, was die Geschichte uns noch erzählen wird. Am höchsten Punkt dann, dieses Nest, auf diesem weißen Turm. Boah, da geht's aber ordentlich hinauf, bist du, Narin. Die schaut ja gar nicht auf. Oh, jetzt. Natürlich ist er gewinnt. Wo sind wir jetzt? Wo sind wir denn jetzt? Ah, da vorne sehe ich schon mal ein Fass liegen. Da sehe ich schon mal ein Fass liegen. Und da lauter, auch Fässer. Allerdings lauter kaputte, zerschlagene Fässer. Allerdings ein einziges Nahrungsfass. Geht's da, ich schau nur kurz da oben. Okay, was ist das? So wie so ein Ventilator oder sowas? Okay. Gut, ich schau mal mal, kann ich ihm das Fass geben? Kann ich dir das Fass geben? Na komm her. Und jetzt. So. Mahlzeit, mein Herr. Na? Na, schnapp's dir. Schnapp's dir. Willst du nicht? Okay, dann nehmen wir das so, legen wir das einmal her. Na, nicht wirklich offen. Er ist ein bisschen aufgebracht. Nochmal. Schweißen wir es da ja vielleicht. Nimmst du das von da? So. Ah, das ist irgendwie, rollt das wieder runter? Ah, das will ich, ne? Hopp. Du sollst einfach... Ah, ich geb' mal kurz das Schild weg. So, oder nimmst du es vielleicht von mir? Nimmst du es? Der geht so ein bisschen so bergab. Vielleicht ist das wieder zu wenig pixelgenau. Na, na, oder? Oder? Oder, doch, ja, oder? Na? Soll ich das? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Noch einmal. Hallo? An dem sollst du jetzt nicht scheitern, oder? So, tun wir noch einmal. So. Horuck. So. Jetzt vielleicht. Jetzt vielleicht. Wieso? Ah, das rollt immer runter. Moment, ich probier noch einmal was. Wenn ich das da herlege, bleibt es dann bei den Fässern hängen. Probieren wir es einmal so. Vielleicht rollt es dann nicht durch. Glaube ich aber auch nicht, oder? Leg es runter. Leg es einfach runter. Ja, das könnte es werden. Kann man mal... Ja, besser. Okay, alles klar. Das geht. Das funktioniert. So, und jetzt? Da oben ist ein Ventilator. Kann man da... Ah, Moment. Ohrjugd. Einmal ist das das Ohr, dann die Nase. Und dann... Ach, das Auge. Gut. Ähm, ja. Kann man... Was kann man hier... Ich probier mal, kann man das anvisieren? Wahrscheinlich nicht. Schauen wir mal. So. Wie war das wieder so? Kann man das hier anvisieren? Ähm, nicht wirklich, oder? Äh, nein, nicht wirklich. Irgendwie so. Das dreht sich zu schnell. Da kann man irgendwie nicht... Ah, er schießt. Oh ja, er schießt schon. Moment, aber da habe ich jetzt noch gescheit... Okay, warum muss ich noch einmal? Aber jetzt... Moment. Da war ich jetzt ein bisschen... ...voreilig. Jetzt sehe ich gar nichts mit der Kamera. Moment, da muss ich mich anders platzieren. Schauen wir an... Ah, jetzt haben wir wieder keinen Wecker gestellt. Ich tue mir an. Moment, ich muss ganz kurz... Ah, jetzt habe ich wieder... Jetzt habe ich wieder vergessen, den Wecker zu stellen. Okay, gut, so. Schauen wir mal so. Warte mal. Wir haben es gleich. Okay, nice, komm. Passt, okay. Ich weiß nicht, wie lange habe ich ihn schon. So 10 Minuten, wenn wir schon gespielt haben. Gute 10 Minuten. Okay, so. Ich probiere jetzt noch einmal... Da vielleicht. Kann ich da das irgendwie so... Hat er das irgendwie? So. Kannst du da rauf schießen? Also raufziehen mit deiner Verblitzung? Trikot? Trikot? Ich glaube, ich muss da mit dir rauf. Ich glaube, ich... Komm, kommst du noch einmal runter. Bist du lieb? Nimm mich mit. Ich glaube, ich muss da mit dir rauf. Ich glaube, ich muss da mit dir rauf, Trikot. Da habe ich dann vielleicht mehr, bessere Anvisier-Möglichkeit. So, dann schauen wir, ob wir da noch einmal rauf springen können, wie wir es eben gemacht haben, Trikot. So, das hast du toll gemacht, machen wir es noch einmal, komm. Komm. Bring mir noch einmal rauf. So, wollen wir mal schauen jetzt wieder, wohin des Weges. Ja, jetzt fängt das wieder an. So, da wo war es denn? Wo war es denn? Ah, ich hätte gleich wieder rauf springen, so mal gehen. Trikot. Und drehen und drehen. Auf und läuft? Auf und läuft? Das könnte was werden. Wie ist hier da an? Ja, das schaut gut aus. Ja, das ist immer gut. Okay, okay. Gut, dann hier gleich weiter, oder? Hier gleich weiter. Geht's noch Stücke? Trikot. Ups. Ja, kommt. Jawohl. Und jetzt dann, ähm, dreh dich mal um. Die Kamera natürlich immer, das schaut gut aus. Das schaut gut aus. So, Kamera. Die macht mich irgendwann noch einmal. So. Und, na, 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 so, so, so. Da dreh dich. Da ist ja. Da wird es aber auch gehen. Ich glaube, das wird wurscht sein. Wird wahrscheinlich wurscht sein, vor welcher Seite. So, jetzt, ups, da oben sind wir schon. Da sind wir schon fast bei dem Ventilator. Und jetzt, da wahrscheinlich noch einmal, oder? Können wir da noch einmal? Ja. Können wir da noch einmal? Ja, kann man. Oh, Mütte, pass auf, dass ich da, wenn, das Ventilator platte, nicht. Und dich auch. Und siehst du den Kopf ab? So, kann ich jetzt, kann ich jetzt das anvisieren von hier? Ich probiere mal was. Na, 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 na. So, kann man das jetzt so? Ja, das wird nicht gehen, oder? Muss ich das nicht irgendwie, muss ich das nicht irgendwie stoppen, oder? Wow. Na, oder? Ich weiß nicht. Kannst du da was, kannst du da was machen, Triko? Also, ähm, na, wie's aussieht denn nicht? Wie's aussieht denn nicht? Wow, wow, das ist, wow. Das ist doch, wow, wow. Das ist aber lebensgefährlich, was ich da gerade mache. Okay, gut. Ähm, gut, okay, ich glaube, so wird das nichts. Dann muss ich anders schauen. Ah, okay. Okay, die nur ich, was, die, die kleine, da, da, da komme ich durch, oder was? Das ist aber nicht weiter. Na gut, dann, wow, ich kann nicht da jetzt rüberspringen. Wow, wow, oh Gott. Da, da soll ich? Moment, achso, okay, okay. Da, dann lass ich mal vorsichtig fallen, hab ich fallen lassen, hab ich gesagt, fallen. Kannst du? Ah, okay. Da muss ich mal so vorsichtig. So, lass mal. Ah, okay, das war nicht gut. Das war, das war, das war, nicht gut. Ich hoffe, ich bin da oben jetzt. Ah, ich wollte nicht runterfallen. Ja, das ist gut, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Guter Speicherpunkt. Guter Checkpoint, das freut mich. Dankeschön, liebe Spiel. Gut, kann ich da jetzt drauf und rein. Wirklich wahr. Oh Gott. Das hat mir jetzt so optisch so klein ausschaut. Da kann man wirklich durch, Wahnsinn. Da sehe ich jetzt doch, dass ich wirklich so ein Zwergerl bin. Oh Gott, wo bin ich jetzt? Oh Gott. Ich hab da irgendwie so ein Gefühl, ich bin da. Oh Gott, was ist das, bitte? Was ist das? Was? Der Meister des Tals? Okay, also das Tal, ist das das Nest? Wahrscheinlich, ne? Ich wollte ja nur schauen, ich will doch nur, okay, man darf da nicht so nah dazugegehen, weil sonst nur nicht so nah hin und jetzt, ich darf da so nicht nah, na ja, was kann ich da, ich kann maximal probieren, nochmal schießen, aber das, was bringt, kann ich, schauen wir mal. Kann ich das? Aber Triko ist ja nicht da. Kann ich das? Na, das bringt mir gar nichts, oder? Ähm, ah, Moment, was ist da? Hä? Ah, ist das jetzt etwas kleiner? Der Kern wird, der Kern wird klein, oder? Und jetzt? Kann ich, was muss ich jetzt machen? Okay, okay, ich muss das, ich darf das nicht, und jetzt, ich kann den bis auf ein Minimum verkleinern, und jetzt aber ist aus. Sobald ich das, sobald ich das auslasse? Okay, er wächst da wieder. Hä? Was? Was, 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 was? Hallo, also ich muss jetzt, ich muss, wie soll ich denn, was muss ich denn jetzt mitmachen? Okay, noch einmal, was muss ich da jetzt machen, muss ich da jetzt nach oben? Das ist jetzt interessant, kann ich mich bewegen, ich kann den ganz klein, also ganz klein machen, und jetzt ist er, und jetzt kann ich woanders, oder? Irgendwas, na, er will sofort wieder größer. Kann ich ihn vielleicht jetzt, na, aber das bringt mir nicht, kann ich jetzt Triko rufen? Na, ich weiß grad nicht, was ich machen muss, ich muss das wieder, ich kann mich sonst gar nicht, hm, was muss ich da machen? Ich kann den verkleinern, kann ich so ziehen, ist da was? Ist da, ist da irgendetwas, noch was, dann? Kann ich da was anderes dann auch noch treffen, oder muss ich da was anderes auch noch treffen, währenddessen? Ich steh grad auf der Leitung, oder? Ist da was, da zum, ist das eine kurze Zeit lang, nein, ja. Warte, ich weiß jetzt grad nicht, das sind so wie so Schutz, äh, kann ich da, muss ich da, das schaut mir aus wie so ein, weiß ich grad nicht, was ich mache, momentan, ich erinnere mich, kann ich da was anderes machen noch? Aber da ist ja sonst nichts, ne? Da oben? Mhm, mhmh, Jrps, rauf komme ich auch nirgends, da ist auch nirgendwo ein Loch. Schau nochmal, na. Na, da ist auch kein Loch, ok, also man kann es einmal zumindest verkleinern, diesen Kern oder, ist da irgend so was, sind da irgendwo Löcher oder was, na, ich weiß jetzt gerade wieder noch, was muss ich da jetzt machen, das ist doch da oben irgendwie, wenn das auch so Schutzschilder wäre, also Schutzschilder, so, dass ich da im Revue, wenn ich im richtigen Moment, oder nicht, oder schon, oder, komme ich da vielleicht rein, wenn ich, Moment, nein, will ich da auch nicht gehen, rein deschen vielleicht, wenn ich, jetzt, wenn es klein ist, kann ich da jetzt nach innen, nein, bringt mir nichts, oder, bringt mir gar nichts, kann ich jetzt von hier, nein, irgendwo muss ich hin, muss ich da nach oben, vielleicht habe ich da nicht lange Zeit für irgendwas, aber, aber wo bitte, wo muss ich hin, kann ich, da geht ja kein Weg nach oben, da geht ja, Moment einmal, ist da in dieser Kugel irgendwo eine Öffnung, kann ich da irgendwo rein, Moment, ich schau einmal, nein, das ist nicht wirklich irgendwo eine Möglichkeit, dass man in diese Kugel reinkommt, nein, das ist nirgendwo eine größere Öffnung, hä, stehe ich gerade wieder auf der Leitung, wahrscheinlich irgendwie, wo muss ich jetzt hin, hm, probieren wir noch kurz und dann schauen wir vielleicht im nächsten Part nochmal, ein bisschen kann ich noch, ich habe jetzt nicht geschaut, aber ich glaube, so 20 Minuten ungefähr werden es sein bis jetzt, ich habe keine Ahnung, ich weiß gerade überhaupt nicht, was ich machen muss, kann ich da nach oben vielleicht probieren, einmal, wieso geht es da so rau, vielleicht, au, au, so, ich darf nicht so nah ran, aber wenn ich da vielleicht einmal rauf, aber es wird auch nicht gehen, ne, wo muss ich hin, bzw. was muss ich machen, wenn ich das so mache, dann wird der klein, aber ich komme da auch nicht rein, in den Käfig, kann ich das jetzt so sammeln, oder, nein, es wird auch nicht gehen, so, jetzt nochmal, und jetzt rein da, kann ich da jetzt, nein, 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 kann ich nicht, kann ich nix, nein, ich habe überhaupt keine Ahnung gerade, Was muss ich da jetzt machen, ohne Spaß, ohne Spaß, ohne Spaß, ohne Spaß, wie komme ich da rein, muss ich da überhaupt rein, aber ich glaube schon, oder, da unten, komme ich von unten rein, da unten, Moment, nein, ich glaube es war auch nicht, unten durch, unten durch, aber nein, da werde ich auch nicht reinkommen, ne, hm, mal ein bisschen weiter, und dann wieder, oder muss ich, muss ich wirklich, dass ich da nicht viel Zeit habe, vielleicht, ich probiere es noch einmal, hallo, muss ich das jetzt wieder so machen, Okay, ja, Rico, komm, kannst du kommen? So, jetzt noch einmal, ich probiere jetzt noch einmal das, mit dem Durchdäschchen, wie war das wieder, war das Kreis, oder, oah, dass ich da unten rein muss vielleicht? Jetzt kurz zurückrufen, nein, das wird sofort wieder, das wird ganz schnell wieder, ganz schnell wird dieser Kern wieder, da fühlt sich dieses schwarze, dunkle, diese dunkle Masse rund um den Kern, wieder, da oben kann man nix machen. Ich probiere noch einmal zum Reindaschen, da unten, aber, ich glaube auch nicht, oder? Nein, jetzt, ah, aber, wie story ganz, überhaupt nicht, hallo? Was ist? Professor, gut, jetzt geht es überhaupt nicht, hallo, was ist? Sie ist da, hallo! Au! Komisch, 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 komisch! Ich stehe an, ich stehe an. Bitte nicht, so knapp vom Ziel jetzt! Aber es ist ja sonst nix da, was soll ich denn sonst noch, kann ich da, kann ich irgendetwas sonst noch, nein, die Löcher kann ich nicht, das hat ja sicher eine Bedeutung, wenn ich da drauf, draufgehe wird dieser immer kleiner, dieser schwarze, weiß ich nicht, diese schwarze Masse oder, das macht so ein komisches Geräusch, geht da irgendein Tor auf oder, geht da irgendeines von diesen Türen, von diesen Türen auf, na oder, das hört sich an, wie wenn sich irgendetwas öffnen wird, oder, na oder, na oder, ich verstehe das gerade nicht, jetzt wieder, jetzt hört man wieder nix, kann ich da jetzt, na oder, hat mir auch nichts gebracht, oder, was ist jetzt, jetzt bin ich tot, ne, jetzt wird ich tot sein wahrscheinlich, ja, jetzt bin ich tot, boah, ich muss irgendwie, muss ich den Kern da irgendwie stoppen, und dadurch werde ich den Ventilator stoppen, nämlich an, das Trikot weiterkommt, aber, aber was, so einmal probiere ich es noch, wenn nicht, schauen wir im nächsten Bad weiter, es wird schon irgendeine Lösung geben, aber, eine Möglichkeit, aber, ich weiß gerade nicht, die ist der Meister des Tals, ja, okay, der Meister des Tals, ich kann sonst ja nix machen, sobald ich da reingehe, ja, aber, was muss ich denn da, wird das, wenn ich das ruhig habe, Moment mal, wenn das jetzt dann so komisch macht, wie wenn sich was öffnen würde, siehst du aber, siehst du da noch länger drauf bleiben, siehst da was drückt, das macht halt, ich hab, und jetzt, mach da nix, tu da wieder, ah, ich hab überhaupt keinen Plan gerade, hat das jetzt, jetzt hat er dann weggesteckt, auch wieder, wenn ich das, Moment, nein, da geht es aber nicht so schnell, ah, Moment, dann wird, wenn ich es nicht komplett mache, nein, oder, kann er das, ah, Moment, ja, 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 er hat irgendwo hingezielt, ne, ich, ah, okay, Moment, ich glaube, ich komme der Sache schon ein bisschen näher, ich darf es nicht komplett machen, dann geht es auch zwar wieder zurück, baut sich wieder auf, diese schwarze, diese schwarze Masse, aber, okay, sobald ich es komplett zu, also, dann geht es sofort wieder rauf, da habe ich keine Zeit, ich muss sie fast bis zum Ende machen. Okay, 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 das war schon einmal okay, aber dann muss ich auf irgendwas zielen, ich darf nicht bis ganz, ich darf es nicht komplett schrumpfen lassen, so, so, so mal nur, und jetzt, schauen wir, kann ich jetzt da rein? Und das war es, na, allerdings, ich habe ja Zeit jetzt ein bisschen, dass ich mich kurz umschaue, so, jetzt nicht ganz, und was soll ich jetzt, wo muss ich jetzt hin zielen? Moment, da oben, Moment, vielleicht, ich gehe nochmal da her, das geht ja relativ langsam rauf, nur nicht ganz, nur nicht ganz so, kann ich da jetzt drauf, nein, da will ich nicht hinziehen, nein, okay, dann stehe ich da falsch, na, noch einmal, ich weiß nicht, wo ich hinziehen muss, irgendwo muss ich hinziehen, ich darf das nicht ganz nach oben bringen, da vielleicht rein, na, oder? Das ist doch wieder, hm, Moment, ich nochmal da, ach, es ist ein bisschen verzwickt, aber wir kommen schon drauf, so, nochmal, komm ich da, ah, jetzt habe ich es wieder, jetzt habe ich es wieder komplett, komplett geschrumpft, da durch, da durch, wird der Kern, ich muss mir da irgendeine Position finden, ah, jetzt ist es wieder ganz groß, ne, nein, meine Lieben, ich glaube, ich werde das im nächsten Part weiterprobieren, äh, denn, ich weiß nicht, jetzt geht es schon wieder, geht es schon wieder fast eine halbe Stunde, oder eh schon, so, machen wir das noch einmal, einmal noch, so in etwa, genau, so in etwa, genau, und jetzt schauen wir, kann ich jetzt, irgendwo da, aber wo, was muss ich anvisieren, was muss ich, was kann Trikot anvisieren, Ah, okay, egal, meine Lieben, ich mache kurz einmal einen Cut, und ich probiere dann weiter, wir werden das schon hinbringen, glaube ich, mit vereinten Kräften, gell? Ich sage mal, herzlichen Dank fürs Zusehen, und seid, wenn ihr wollt, wieder dabei, wenn es wieder heißt, The Last Guardian auf der Pläsi 5, bis bald, ciao!